Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und meine Familie, meine Freunde bedeuten mir alle sehr viel. Wieder auf die Wand zu schauen, alle Erinnerungen kommen wieder auf. Ich habe sicher auch Fotos in Aachen, die mir auch sehr wichtig sind, damit ich ein bisschen von zu Hause dabei habe und immer schön zurückdenken kann. Ich habe ihn sehr ans Herz geschlossen und er gibt mir sehr viel Liebe. Das Streicheln, das Be-im-ziehen, die tierische Neue, fehlt mir sehr. Aber wenn ich ihn dann wieder für mich habe und er merke, dass er mich vermisst hat, weil er dann immer zackt oder lässt sich von mir streicheln, dann gibt es mir sehr viel Freude und es gibt mir auch Energie auf eine andere Art und Weise, wie Menschen das können.